Mittagsjournal Und dieses Mittagsjournal, so wie alle anderen Journale, die wir haben, jeden Tag auf die Beine stellen zu können, braucht es einmal in erster Linie unglaublich viel Kompetenz und vor allem wahnsinnig viel Teamgeist. Wir wollen die beste Information liefern, wir wollen in einer Zeit, wo man von Informationen überflutet wird, die wichtigste Information auswählen. Wir wollen diese verständlich, glaubhaft und seriös aufbereiten und jeden Tag diesem eigenen sehr hohem Maßstab gerecht zu werden, das ist eine große Aufgabe. Ich glaube, meistens erfüllen wir sie sehr gut und darauf bin ich auch sehr stolz.